In diesem Video stelle ich eine Reihe von Experimenten vor, welche am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig von der Forscherin Rebecca Kuhmen durchgeführt wurden. Sie wollte herausfinden, wie sich Schimpansen und sechsjährige Kinder verhalten, wenn sie zu zweit eine begrenzte Ressource nutzen müssen. Nun werde ich den Aufbau dieser Experimente insbesondere die Versuchsapparate vorstellen. Die können wir hier in diesem Foto abgebildet sehen. Der Versuchsapparat für Kinder funktionierte folgendermaßen. Die Kinder saßen zu zweit in einem Raum, jeder an seinem Tisch an einer Seite dieses Versuchsapparates. Hier oben gab es einen Eimer mit blauem Zauberwasser. Den Kindern würde gesagt, dieses Wasser ist Zauberwasser, damit es alles etwas spannender für sie ist. Dieses Wasser tröpfelte mit einer bestimmten recht langsamen Rate in diesen mittleren Zylinder. Jedes Kind konnte nun von dem Wasser entnehmen, indem es den Hahn hier öffnete und dann floss das Wasser in diese Röhrchen. Wenn das Wasser in die Röhrchen floss, dann schwammen natürlich diese Eier hier nach oben und am Ende des Experimentes konnte jedes Kind ein Ei für eine Süßigkeit eintauschen. Somit war also die Motivation der Kinder ziemlich hoch, so viel Wasser wie möglich von dieser Ressource zu entnehmen. Wenn sie aber von dem Wasser entnahmen, dann sank natürlich der Wasserstand im mittleren Zylinder. Dies wurde deutlich mit Hilfe eines roten Korkens im Zylinder angezeigt, welcher nach unten sank oder wieder nach oben ging, je nachdem wie der Wasserstand im mittleren Zylinder war. Nun war aber die Herausforderung, dass der Korken nicht unter diese Schwelle sinken durfte. Wenn das nämlich passierte, dann wurde ein Mechanismus ausgelöst und das gesamte Wasser im Zylinder floss in diesen Eimer hier unten. Das hieß dann auch, dass überhaupt kein Wasser mehr für die Kinder zur Verfügung war und das Experiment beendet war. Für die Schimpansen funktionierte der Versuchsapparat ganz ähnlich, nur mit dem einen Unterschied, dass es hier sich nicht um blaues Zauberwasser handelte, sondern um leckeren Mangosaft. Und die Schimpansen mussten auch nicht, um von dem Saft zu trinken, einen Hahn öffnen, sondern konnten einfach von diesen Saugern den Saft trinken. Die Menge an Saft wurde dann mit einem elektronischen Messgerät erfasst. Aber auch für die Schimpansen bestand die Herausforderung darin, dass der Saft in der Mitte nicht unter diese Schwelle sinken konnte, denn auch dann wurde ein Mechanismus ausgelöst und es gab überhaupt keinen Saft mehr für einen der Schimpansen. Wichtig zu wissen ist, dass alle Schimpansen und Kinder, die an diesen Experimenten teilgenommen haben, zuvor einzeln gelernt haben, den Apparat so zu nutzen, dass der Korken nicht unter die Schwelle sinkt, damit sie so lange wie möglich von der Ressource nehmen können. So hat zum Beispiel in dieser Situation ein Kind gerade gelernt, aha, wenn ich zu viel auf einmal nehme, dann sinkt der Korken zu tief und dann bekomme ich gar nichts mehr von dem Wasser. Also warte ich lieber ein bisschen, bis wieder etwas mehr Wasser im Zylinder ist. Nun ist aber die Frage, wie haben sich die Kinder und die Schimpansen verhalten, wenn sie zu zweit mit jemandem diese Ressource teilen müssen? Welche Art würden wir bei diesem Experiment erfolgreicher zusammengearbeitet haben, um die gemeinsame Ressource aufrechtzuerhalten und warum? Wie haben sich wohl die Kinder verhalten und wie haben sich die Schimpansen verhalten? Was denkst du?